Am besten so du träumst von Dead by Dead by Dead, wie Michael Myers dir den Rücken sticht und am nächsten Morgen machst du auf, aaaaaaah, das ist so ein Pegelspiel, alter, aber ich muss sagen, die limo pink grapefruit plus cranberry, die schmeckt nicht so gut, aber ich muss sagen, die schwarze limo von Elkes Granini, die schmeckt am besten, aber die pink grapefruit Crampberry, ne, schmeckte die scheiße Oh, das ist Fallsteller Du hast die Begrüße vergessen Ja, das war die Begrüße mit der Limo Und die Bremse Äh, bist du das? Vor mir? Nein Damit es schon kommt, zu einer neuen Folge, bei der Leit Amd, das schmeckt echt nicht Und ich habe jetzt voll so den ganzen Kasten, weil ich dachte so, das schmeckt bestimmt auch gut Aber ich bin scheiße Was soll das? Ecke, was soll das? Was stimmt mit euch nicht? Hast du nicht gesagt, dass einige deiner Kollegen auch hier bei meinem Kanal vorbei kochen? Ich bin schon mal Ich bin schon mal Hey, scheiße, Ecke Oh, ich hab so, sind es so, sind wir, dass Leckzer Kiste, äh, in der Kiste gefunden Sollte man nur so diese Grauen Und immer dann, so diese Gelbe und Eisenbeeren und diese Gelbe und Eisenbeeren Okay, die Kinder, Alter, was die Kinder auf dem Kopf? Ich weiß nicht, aber, verfolgt erlich? Okay, dann hat er noch verfolgt ich bin jetzt ja in den Generatorraum, wo der Kilo gerade noch war gleich hörs komm mal vorbei jo hast du einen Ingenieurswechzeugkasten? ja, ja, hier ist er wow nutze ihn nö, ich will nach oben du kannst ihn bis kurz am Ende benutzen ja, ja, ich weiß, aber ich will trotzdem nicht vielleicht brauche ich ihn später noch ähm alter der Schilder und sie in den Weg ok den FD er wollte es in den Heilen so jetzt bist du weg 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 hin Laufsieber dich hinterher Wo ist denn dieser Typ? Hast du eine Kiste? Ja Ich bin hinter dir Wir sehen Glaube ich Ne, ich hab ihn entschuldigen Ah, es ist doch hier bei dir Ja, der verfolgt den anderen Übrigens der Typ, der sonst kam, der wollte ja nicht, dass wir ihn heilen Ja, das ist, weil der steht doch einfach voll im Weg Ja, aber es war ein anderer Es ist ein Generator Ich bin nicht bei dir, glaube ich, ich bin nur beim anderen Generator Trotz der Megahund Boah, ich muss die ganze Zeit ausstoßen, ey, tut mir leid, wenn man das im Hintergrund hört Warum kann ich, ich kann mit der Kiste keinen Haken sabotieren, was soll der Scheiß? Ja, Werkzeugkiste geht, aber ich kann den Haken nicht sabotieren Also den Generator kann ich referieren, aber nicht den Haken sabotieren Was soll das? Der Padela, was stimmt mit dir nicht? Hehehe Ich glaub der campt, ich krieg die ganze Zeit hier Warnsignal Oh nein, hier kommt Der Herr Killer hat mich gerade so eben entdeckt Weil ich mich mal gerade nach den Generatorfetzen und brauche ich den Typ hin Warum musst du ihn in die Nähe hinlaufen? Ey, tut mir leid, der war... ich muss hier weg Oh, Alter Lauf! Lauf! Ich hoffe, ich hab erstmal hinterher zu bereid Aber weißt schon, dass der Typ mit dem Laufen will, ne? Also schlech dich Ja, und ich bin nur vom Kinder weg Nein! Halt! 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 Dach?" Halt! Halt! Das sieht irgendwie megageil aus. Nein, schau was nicht so meint, nein! Nein! Nein, nein! 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 Nein, 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 ich die Idiot! Grös! Von empty, ich werd sofort gerettet ja es war extra oh Gott ich hab jetzt so ein bestimmt blute ich jetzt stärker wegen ja ich blute richtig fest Rils wir müssen uns irgendwo treffen ja oh wo bist du an der Wand ich hab auch gerade eine Wand entlang ich bin an einem Generator ja Generator und Tor ja ich brauche ich bekomme ah es war vorbestauf fast geschafft da war gerade in der Nähe bei mir in der Nähe oder was bei mir bei mir in der Bade ach so ich bin hier bei einem Tor aber ich sehe dich nicht hier sind wir noch Art ah dann bist du das nicht wenn ich an einem anderen warte ich ein paar Sekunden dann siehst du wo ich bin zwei jetzt ich bin jetzt aber bei einem anderen Tor wenn du Wand im Rücken rechts die Wand entlang dann kommst du zu mir ja ich hoffe immer die komplette Wand ist entlang ja aber die Wand muss quasi hinter dir sein und dann rechts die Richtung oh er kommt ja komm der Rush der Rush der Rush das ging aber schnell das war es ja auch Rush ne ah das Tor am Haus hm wo bist du der er hat das Haus sieht das aus das Haus soll nicht gesehen werden so wie wir können auch schon zur Hälfte fährt das schade da müsste der Auto fertig machen ja und das ist kurz vorher hört einer von uns auf und Gretter schon mal zum Tor das werde ich aber sein ja ähm ich hing schon mal am Haken ne äh ja ok dann machst du dann los weg Grenz zum Tor Grenz zum Tor Grenz zum Tor der Killock holt sich ne Falle und stellt die auf siehst du das? ja wieso siehst du das? er ist direkt beim äh Dienst gewesen ich hab das für ein paar Sekunden nur gesehen ich geh zum anderen Tor und mach das auf ich geh zum anderen Tor und mach das auf ok ok falls wir dann schwer hinkommen komm wir wenigstens zum anderen Tor ich sehe ihn zumindest gerade nicht Tor ist fast offen ja ich hab's geschafft muss noch zum Tor oh Gott schön von was hast du geschafft von was hast du geschafft ich bin an der Ecke zu früh abgewogen oh beim Tor ist auch direkt beim zweiten Tor ist auch direkt äh die äh die Luke oh er ist nicht sehen ich bin die Mauer zu früh abgewogen wo ist der? bei mir beim anderem Tor ich verarsch dich ein bisschen ich verarsch dich ein bisschen haut abfahre durchs andere Tor ab oh nein durchs andere Tor nein 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 riech riech glaub's am hin nein scheiße warum kannst du denn weiter nicht hin ich hab's doch zum anderen Tor ich hab's doch schon gesehen in dem Moment stand ich wo du sagst schon andere Tor versuch zu entkommen ah nimm's nee geh 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 weg geh weg geh weg ich kann nicht mehr entkommen ich muss äh hier spacen warte er ist hier es ist hier ich bin tot lauf hoffentlich überlebst du hoffentlich überlebst du nein Mann warum hast du nicht länger überlebt guck mal leid das war einfach vorbei ganz voll gedrückt aber ich hab die Luke gehört ja ich weiß vielleicht kannst du ja wegeln ich weiß ich kann auch wegeln ich weiß ich kann auch wegeln denkst du ich haut dich die Luke ab denkst du aber doch warte mal der kann mich ja holen das wird ja trotzdem äh er wusste dass ich nicht mehr dass ich entkommen werde so oder so ich war fast freigegeben dann werde ich durch die Luke entkommen oder durchs Tor er hätte mich nicht mehr haben wenn er wusste dass ich es schaffe du wolltest dich in die Länge ziehen ich würde sogar sagen er wusste dass er er wusste mich einladen warum ich kann nicht auf überleben mit freunden klicken ok ich würde sogar so ich würde sogar so weit gehen sagen er wusste dass ich ihm überlegen war so angefühlt schon wieder jemand so jetzt bin ich mal echt spannend Ingenieursnack zur Kiste nahgeneues Teil und auch irgendwie irgendwelche andere Sachen jetzt hab ich echt mal geschaut wie schnell das jetzt geht auch das oh es wieder der Fallsteller und erst direkt meine Nähe in der Fallsteller der in der Fallsteller in ich bin ich bin nicht zuerst mit Kiste mal gucken was wir haben ich habe ich auch was anderes ich bin 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 ich verstehe ich bin ich nicht mal neunig das ist sofort die Reparatur Nein was ich davon nicht Langweilig, ist auch schneller aber langweilig wenn er sofort steht muss auch sofort drin sein aber nicht schweißdruck unterliegt er der erste Die Werkzeugkiste kann ich jetzt gleich nicht mehr verbrauchen, weil die reicht für ein Generator gerade noch. Was haben wir hier noch? Ja, für den ein Generator reicht es. Jetzt kann ich die nicht mehr verwenden. Kann die laut schreien? In der Kiste vor dem Haus, im Feld, da liegt noch ein Tristle, wenn du den haben willst. Ne, ich will meine Kiste nicht verbrauchen. Alter. Ich will meine Kiste nicht verbrauchen. Aber wir werden nicht verlieren, ich will die mitten hier wieder. Achso, die hast du schon benutzt. Fuck. Mach du mal weiter Generatoren. Oh. Nein. Wieso kann ich die... Hä? Fuck. Hat dir irgendwo ne scheiß Falle im Hause aufgestellt. Mist. Warum kann ich die nicht holen? Ich kann dir nicht helfen. Da liegt einer auf dem Boden, ich kann dir nicht helfen. Die liegt einfach nur so rum wie ne Presswurst. Die liegt einfach nur so rum. Und ich kann ihr nicht aufhelfen, ne? Die eine, die am Gehaken liegt. Ich kann dir nicht helfen. Ja, Verbindungsabbruch. Die ist rausgegangen. Nein! Hey! Wo bist du? Ich hab die Falle nicht gesehen. Ach du bist da oben. Die war bei mir auf der Treppe, also halt wirklich in der Treppe. Und von jetzt auf gleich war die an meinem Fuß. Ich glaub du kommst ganz nach unten. Ja, ich häng... Ich häng direkt. Weißer. Schnell, der Kinder geht ins Haus. Der Kinder geht ins Haus. Oder jetzt doch nicht mehr. So, und die Falle doch auf die Fälle. Ach, voll blöd, dass diese A, G, J irgendwie rausgegangen ist. Ich wollte sie holen. Ja, vor mir steht ne Falle. Wer hätte es gedacht? Ja. Jeder geht wieder in Richtung Feld, Richtung Generator. Ja. Wenn du dich beeilst, kannst du die Falle entschärfen und dann mich. Also halt, vom Haken holen. Vorsicht, pass bloß auf. Ja. Nein! Hä? Was? Was denn? Ich hab die Kisten gewechselt grad. Ich hab grad meine gegen die von, 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 von. Weißen, schleichen wieder, ne? Ja. Komm her, Big Buddy. Wir machen das schon. Wir beide, ne? Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, Gott. Oh, er hat dich nicht gesehen. Nee. Du lucky bastard. Ich hab's da. Vögel? Ruhig. Oh, ich seh, ich seh, ich seh. Andere Richtung. Ey, schieß mir weg! Heller. Ich hab ne Kämpfe links. Ah, der ist immer noch hier in der Nähe. Ja, ich, 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 ja. Der ist wieder am Haus, der ist am Haus. Oh, Mann. Der ist wieder nach rechts. Was ist los mit dem Typen? Hau mal ab! Ah! Musik höre ich nicht mehr? Er ist ins Haus rein. Ich mach hier den Generator. Nee, doch nicht. Wie, doch nicht. Nein, nein, ich warte erst mal ein bisschen. Ist er wieder, war er wieder. Ist rausgegangen in Richtung Feld. Äh, ja, von wegen Richtung Feld. Okay, jetzt weg. Komm, 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 ich mach den Generator machen. Oh, Mann. Ich muss gleich zum Haken gehen und mir die eine Werkzeugkiste holen. Nur mal kurz die Werkzeugkiste, ja? Ah, wir sind die letzten beiden direkt auch noch. Ja. Ist ja kacke. Ich habs noch mal in Ihres Okay, ich habe die 2 Zoll jetzt nicht rausgehend, da hätte sie jetzt sie geholt. Mein Rad ist dabei abgelenkt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich hab ihn noch nicht gesehen, hast du? Ne. Es wird wieder leiser. Warte mal kurz. Ich stehe im offenen Feld. Bei mir wird stärker. Er ist hinter mir, er ist hinter mir, fuck. Scheiße, du bist hinter mir. Ja, ich bin im Haus. Nein. Warte, ich hing fest. Wenn du jetzt erwisch wirst, bist du sofort tot. Ja, ich bin down. Scheiße. Mario, du stirbst. Ja. Wo ist die Luke, 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 Luke. Hey, lol, hat sich der Haken erneuert? Keine Ahnung. Da ist, äh... Ich hasse es, ne? Ich hasse es, ne? Ja. Warum? Warum immer jetzt ich gegen... mit zwei Generatoren allein... er abhängig bestehlt kurz bis kurz zu Ende aber klar leise mein ich werde richtig nervös ich werde gerade die ganze Schwerz pochen könnte es ja auch wieder zu dem einen Haken zurück wo ich aufgegangen wurde meine Werkzeugkiste nehmen die verbrauchen an den beiden Generatoren, die deine wieder abholen und dann abhauen bei dem Weg erkennt sie mich doch zehnmal schon ich glaube auch das wars wo ist die Luke 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 wo ist die Luke 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 wo ist die Luke 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 Lauf mal am Baum herum, vielleicht ist die da nope ne ja 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 wir haben die Luke 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 Pöksengut und Tarnastärke hier das war glaube ich schon Teil 2 ja das war schon 2 2 da geht es ja so ist schon wieder mal eine Folge zu Ende so schon wieder einmal so wenig Level 34 Bomme was gibt es mir schön so ein bisschen keine Kiste musste sein das war jetzt dieser Abschiedsschmerz der Arzt nicht manifestiert einer fetten Rülpser aber ich sagen wollte jetzt ist wieder mal tschüss zu sagen auch der Dune leute und say goodbye ok bis zur nächsten Folge tschau